hallo und herzlich willkommen hier bei chica gaming ich bin wieder mit dem mainwurst bei echo unterwegs und ja hallo und für alle diese fragen was ich da mache ich möchte das wasser hier umleiten hier habe ich ein paar steine abgebaut hier sehen wir das haus was du schon angefangen hat ist soll denn haus werden ich hoffe ich bin das wasser da rum also so 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 Mit dem Graus ist das ja ein wenig unübersichtlich. Ja, finde ich auch. Ohja, wir werden dich schon irgendwie kriegen. Ja, denke ich auch. So. Okay. So. 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 Dann machen wir mal eine Hakel, damit wir was anpflanzen können. Ist, ich glaube, lang dauert es nicht mehr, dann können wir da zumindest einspurig drüber gehen. So, fertig. Schon fertig. Ja, ich frage mich jetzt, was würde passieren, wenn ich das Ganze halt zumach. Ähm, okay. Ah. Der Wasser war gerade weg. Naja, ich bin getaucht und auf einmal war alles weg. Ja. Wie gesagt, das ist noch in der Beta. Da unten habe ich noch Steine. Ja gut, aber für die Beta finde ich, dass das gar nicht mal schlecht ist. Ja. Ja. Vor Anja war schonmal nicht schlecht. Ne? Mhm. So. Ja. 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 gut. Ja. 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 Aber hier hinten sehen wir auch den Meteoriten. Sie richten man den bei mir auch? Nach 29 Tage, 22 Stunden, 9 Minuten und 27 Sekunden. So, ich würde sagen, ich hole mir mal ein bisschen Holz, denn ich brauche Holz. Ja, mach das mal. Ich halt auch noch ein bisschen, ne? Ja. Wir hören hier um. Holz, log ich nur mal zu. So, ich würde mal kurz, dass ich schon mal ne? Ich würde mich nicht in den Zahn. Okay, ich würde mich nicht in den Zahnfaku verauschen lassen. Aber nicht so, ich würde mich nicht in den Zahnfaku etwas schief. Und jetzt, ich würde mich nicht in den Zahnfaku verauschen. In der Zahnfaku crispy, da wäre es, dass ich nur noch die Zahnfaku verabschiede. So, das ist eine Zahnfaku, da wäre es, das ist es, das ist, das war es. So, ich würde mich nicht aus PERFIN. also du bist überhaupt gar nicht da ne nein ich weiß auch nicht man kann doch bestimmt noch irgendwie den lagerplatz erweitern oder es gibt ja nur größer stockball ja unseren größeren lagerplatz ah ok was ist das denn das ist irgendwie anders aus wie alles andere was ich sonst mal abgebaut habe was stein ja es gibt verschiedenste sachen ah ne war nur granit ja 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 ich hoffe dass das was wird was denn sind braucht auch holz k ja mit der landwirtschaft ja hoffentlich sonst jo hoffentlich ja 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 Das ist schon aufhoch Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier oder woanders. Ja, wüsst wüsst. Ja, wüsst wüsst. Ich bin der Nebelspringer. Geht schon. Ja, wüsst. 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 Ja. Ja, wüsst. Ja. 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 Ja, wüsst. 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 Nu, wüsst. Ja. Ja, wüsst. Ja, wüsst. Ja. ich hole mir jetzt mal holz für meine schaufel ich baue noch ein bisschen was ab not enough room und um wahrscheinlich die skillpunkte dann richtig einsetzen zum kennen haben wir vermutlich was sein wegen die stilpunkt punkte damit man so können lernen können kommen aber sowieso steht in haus Vielen Dank. was denn jetzt habe ich auch rausgefunden wie man was baut dafür gibt es den baumhammer stockpile so 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 Das war's für heute. So. Ich hätte mir nicht theoretisch auch einfach die Holz über den See legen können. Ja, aber Holz brauchen wir selber. Ja gut, schon mal wieder. 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 Jetzt fällt nur mehr Boden und Dach und dann... Ja gut, schon mal wieder. Ja gut, schon mal wieder. Ja gut, ich glaube. Die nächste Folge ist auch schon wieder fast dabei. Ja. Ich bringe noch das Holz zurück. Und dann... Ich brauche noch 55 Lachs. Damit ich ein Haus einmal habe. Damit ich die Skillpunkte verteilen kann. Und damit wir dann letztendlich... dass ich einmal effizienter arbeite. ... als bisher. Damit das effizienter und schneller funktioniert. Und damit die Geredschaften auch länger halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir am Ende angelangt. Ja. Und dann sagen wir danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.